noch was wollte ich sagen und zwar es gibt gewisse fragen die ihr gestellt habt in die ich keine zeit investieren werde ich werde mich hier nicht äußern zu ihres und ich werde auch aus respekt vor lukas und seiner familie und auch steffen und seiner familie hier manche fragen nicht beantworten das gehört hier nicht hin das behalte ich für mich das kläre ich privat genauso wie ich privateste dinge die ihr mich fragt hier auch nicht beantworten werde ich gebe genug preis aber gewisse dinge behalte ich einfach für mich ja also nicht enttäuscht sein wenn ihr auf manche fragen keine antwort bekommt ich denke es liegt der natur der sache dass ich einfach manche dinge für mich alleine behalten möchte